Das siebte Bild Die Holzkirche in Jaguaron Die Arbeit der Missionare war nicht vergeblich. Das erlernte Handwerk überlebte die dunkle Zeit der Unterdrückung. Unter der Führung des Franziskaner, den Frei Alonso von Bina Ventura, entstand aus den indienischen Händen 1600 ein wunderschönes Bauwerk, die leicht wirkende, prächtige Holzkirche in Jaguaron. Die Musik bewundert die bunten, verspielten Verzierungen der Decken und will die damalige Hoffnung und positive Erwartung ausdrücken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020